Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe What2Know. Heute wollte ich mir WN8 nochmal im Detail anschauen, wie das berechnet wird und wo die Daten herkommen. Da bin ich das letzte Mal so ein bisschen unspezifisch geblieben und deswegen habe ich hier mal meinen Browser aufgemacht und zeige einfach ein paar Websites, wo man sich das anschauen kann, wo es herkommt, wie es berechnet wird. Und dann habe ich auch noch ein Excel-Sheet gemacht, wo ich halt mal die Formel eingegeben habe und ein paar Daten von mir eintrage und dann schaue, wie es damit aussieht. Also die Daten kommen von dieser Website, VB-Addict. Hier kann man sein Dossier hochladen, also seine Spielerdatei, in der alle Gefechte gespeichert sind, die man jemals gefahren ist. Und man sieht dann hier die Datenbankstatistik. Man hat also hier die Daten von 29.000 Spielern und 2,75 Millionen Panzern und 14,3 Millionen Battles. Und hier kann man sich jetzt die Panzerstatistiken anschauen. Dann steht hier, angezeigt werden immer die letzten 30 Tage. Da sind also 2,11 Millionen Games drin mit 63,4 Millionen Panzern. Dann schaue ich mal an, zum Beispiel Damage Dealt, also der ausgeteilte Schaden. So, dann werden also erstmal alle Panzer angezeigt. Ich denke mal, es ist hier nach Damage jetzt sortiert, also 2.500 Schaden pro Gefecht ist hier der höchste Wert für den Waffenträger auf E100. Und ich filter jetzt mal zum Beispiel nach M103. Und dann sieht man hier, die haben einen Durchschnitt von 1.296 Schaden pro Gefecht. Und das sind eben die Werte, auf die die Macher von WN8 zurückgreifen. Und ich hatte schon letztes Mal erzählt, dass die schlechtesten 50% rausgefiltert werden, sowie die Spieler, die weniger als 100 Gefechte auf dem Panzer haben, sodass man davon ausgehen kann, einerseits die Leute, die VB Addict benutzen, die sind schon ein bisschen weiter und die wissen, dass es WN8 und Effizienz und sowas gibt. Und dann nehmen sie davon noch die 50 Besten. Also ich denke, man kann hier wirklich davon ausgehen, dass die Daten, die man dann hier findet, schon relativ gute Spieler sind. Auch hier filter ich das mal nach dem M103. Und dann sehen wir hier, Expected Damage ist dann hier 1.578. Das sind also eben ein bisschen mehr als von allen Spielern. Eben die Top 50%. Wobei, sind jetzt hier auch nicht die allerneuesten Daten. Die haben jetzt hier Daten vom 29. September 2013, während die Website hier natürlich topaktuell ist. Okay, das sind also die erwarteten oder die zu erwartenden Daten, wenn man den M103 fährt. Und wenn man jetzt hier überall genau diese Werte erfüllt, dann hat man eine Effizienz von 1.500. Es könnten auch 1.565 sein, das weiß ich nicht. Es hat jetzt aber nicht genau gestimmt. Und in meiner Formel könnten auch Rundungsfehler drin sein oder so. Also ich habe jetzt überall mal diese Werte eingegeben und dann hatte ich 1.510. Also ich denke, dass 1.500 vielleicht der tatsächliche Zielwert ist. Auf der Wiki-Seite von WNEfficiency.net ist dann eben nochmal genau beschrieben, wie man zu den Werten kommt. Also einmal eben dieser eigene durchschnittliche Schaden durch den erwarteten Schaden. Genau das andere mit den anderen Werten. Und im zweiten Schritt dann eine Bereinigung um einen bestimmten Faktor. Und im dritten Schritt dann die Berechnung der WN8. Okay, also schauen wir uns nochmal die Erwartungswerte an. Das sind diese hier und die habe ich dann in meine Excel-Tabelle eingetragen. Das ist also hier bei Erwartungswert. Die zweite Zeile eben 0,9 Abschüsse, 1578 Damage und so weiter. Und dann habe ich hier oben die Werte angegeben, die ich mit dem Panzer habe. Also die in der WOT-Statistik halt zu sehen ist. Das Einzige, was man dort nicht sehen kann oder was ich jetzt nicht gefunden habe, das sind die Defense-Punkte, also die Verteidigungspunkte. Und dafür habe ich jetzt WOT-Statistics genutzt. Und da werden halt die Verteidigungspunkte aufgelistet und die dann eben durch die Anzahl der Gefechte geteilt. So habe ich also hier 0,26. Dann hat man hier den Rohwert. Das ist also eben Schritt 1 jetzt in der Formel gewesen. Und das ist quasi ein Prozentwert von dem durchschnittlichen Spieler oder eben von dem erwarteten Wert. Man sieht also, ich habe halt hier nur 85% der Abschlüsse, 86% vom Schaden. Also irgendwie so im 80%-Bereich der wichtigsten Punkte, die die WN8 ausmachen. Also das ist halt Damage und Frax. So, die normalisierten Werte, also Schritt 2 der Formel, das sind dann diese hier. Und das dann eben in Effizienz umgerechnet, so wie es auf der Wiki-Seite steht und zusammengerechnet, ergibt dann hier für den M103 bei mir eine Effizienz von 11,43. Das ist also weniger als meine Gesamteffizienz. Na gut, der M103 ist also nicht für meine Effizienz verantwortlich oder eben nur zum Teil. Dann schaue ich mal einen anderen Panzer an, zum Beispiel FC M36, Pack 40. Da sind halt die Erwartungswerte, zum Beispiel 1,9 Abschlüsse, 472 Schaden, ein Spotting, also ein Gegner entdeckt. Meine Werte sind auch hier ein bisschen drunter, aber schon mal deutlich dichter dran, sodass es hier eine Effizienz von 1416 gibt, also über meinem Durchschnitt. Und so kann ich sagen, dass also der FC M36 ein Panzer ist, mit dem ich meine Effizienz ein bisschen pushen kann. Dann habe ich mir nochmal den dicken Max angeguckt. Und auch hier ist es so, dass ich unter den Werten bin, außer Verteidigungspunkte. Da habe ich halt bessere Werte als die anderen Spieler, die für die Berechnung herangezogen werden. Und die Gesamteffizienz ist aber hier nur 1333, aber immerhin noch besser als mein Durchschnitt. Was macht man nun mit diesen Werten? Schauen wir es uns mal an. Also Damage, ich bleibe jetzt beim M103, Damage ist der wichtigste Wert, der für die Effizienz verantwortlich ist. Und da bin ich halt bei 86%, aber es sind halt hier nur 220, also rund 220 Unterschiede. Das ist nicht mal ein Schuss. Also pro Gefecht nur einmal mehr schießen. Ich denke, wenn man das hinkriegt, dann ergibt sich daraus vielleicht automatisch auch ein bisschen mehr Abschüsse. Tja, und die anderen Werte, Spotting und Defense, wo ich halt deutlich schlechter bin, das kann man auch interpretieren, dass ich vielleicht nicht aggressiv genug nach vorne fahre, beziehungsweise meine erste Position, wo ich mit dem Panzer mal hinfahre, dass die nicht weit genug vorne ist. Das könnte jetzt auch nur auf zwei, drei Maps der Fall sein. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Und andererseits fahre ich nicht zurück, um die Basis zu verteidigen. Offensichtlich machen das die anderen Spieler, die mit dem Panzer unterwegs sind. Überlegung ist vielleicht, dass wenn ich ein schwerer Panzer bin und irgendwo in der Mitte der Karte, ich bin zu langsam, ich fahre jetzt nicht zurück. Das soll mal ein Medium machen, der noch im Gefecht ist, oder vielleicht ist ein Lechterpanzer noch da, der das macht, oder irgendein Panzerjäger, der hinten ist. Aber offensichtlich sind es die Mehrzahl der anderen Spieler anders. Die fahren dann auch mit dem M103 zurück und kriegen halt mehr Verteidigungspunkte. Ja, also ich weiß nicht, wie viel man nun wirklich auf so einzelne Statistiken geben soll. Aber wenn man das so sieht und mal runter bricht und sieht hier, das ist eigentlich nur ein Schuss pro Gefecht, den man irgendwie noch reinbringt, einmal mehr Schaden machen, das ist nicht so viel. Und vielleicht reicht es schon, sich das nochmal hier so vor Augen zu führen, um das dann im Gefecht umzusetzen und zu sagen, ja, ich gebe jetzt nicht auf oder so, ich versuche halt nochmal irgendwas zu machen, nochmal ein Stück zurückzusetzen, nochmal einen Schuss zu bouncen. Einfach die 10 Sekunden länger zu überleben, die man braucht, um halt nochmal einen Schuss abzugeben. Ja, ansonsten, VB Addict ist auch eine ganz nette Seite, kann ich noch ein paar Worte zu verlieren. Man kann halt neben den Panzerstatistiken sich auch noch Kartenstatistiken angucken und dann schauen, wie lange halt die durchschnittliche Gefechtsdauer ist auf den Karten oder wie viel Geld man da verdient. Und interessant sind noch hier diese Heatmaps. Da wird dann gezeigt, zum Beispiel auf Abbey, wo die meisten Panzer stehen. Also ich mache jetzt einfach mal groß und klicke mal durch. Also es ist die Verteilung des Teams. Wenn man hier weiter blättert, dann ist es halt auch pro Tier, nicht pro Tier, sondern nach Panzertyp aufgeteilt. Dann kann man noch einzeln durchblättern. Dann sieht man hier die leichten Panzer, die sind halt hauptsächlich in der Stadt, während die Mediums eher hier an der Seite sind. Kaum auf der rechten Seite, ein bisschen in der Stadt und die Heavies, die sind eben hauptsächlich auf der linken Seite und ein bisschen rechts, aber eben auch nicht so stark, wie man eigentlich denkt. Und dann haben wir hier noch Panzerjäger, die halt hauptsächlich hinten in der Basis bleiben. Und Artie müsste es auch noch geben. Das sind ganz vereinzelte Spots hier unten, da. Dann sieht man auch hier außen mal ein oder hier ganz unten links in der Ecke ist ein einzelner Punkt. Ja, das ist schon ganz lustig. Kann man sich mal anschauen. Die neuesten Maps, die fehlen jetzt noch, aber die Webseite ist einfach für so Statistik-Fanatiker da, glaube ich. Man kann da ein bisschen durchblättern und sich dann gut fühlen. Okay, zu dem Punkt hier unten, das ist ganz lustig, habe ich demnächst, glaube ich, ein Replay, wo ich mit der Artie hier unten stehe und von da aus ein bisschen hier reinschieße. Na gut, das waren jetzt erstmal noch ein paar Details zum WN8-Rating. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig.